Einen wundervollen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem, naja, in diesem Fall letzten Video des absoluten Grundkurses zu Quantencomputern. Und zwar das Problem ist, für mehr Stuff über Quantencomputer müssen wir wirklich sehr, sehr tief in die Materie reingehen. Das heißt, wir brauchen wirklich die theoretische Informatik bis zum Anschlag, wir brauchen Programmierkonzepte, wir brauchen auch lineare Algebra bis zum Anschlag hin und so weit sind wir einfach noch nicht. Und selbst ich muss mich da noch ein bisschen genauer einlesen. Wie gesagt, das Thema ist noch stark in der Entwicklung und man weiß auch teilweise noch nicht mal, was da eigentlich alles auf uns zukommt. Eine Sache, die wir allerdings durchaus wissen, ist ein wunderbarer Algorithmus, der Simple oder der Grover Algorithmus. Das ist ein Suchalgorithmus und dieser Suchalgorithmus ist besser als jeder bislang bekannte Algorithmus, der nicht auf Quantencomputern basiert. Denn der Grover Algorithmus hat Laufzeit O von Log N. Das bedeutet, er arbeitet Logarithmus von Anzahl an Elementen Schritten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel 32 Elemente, beziehungsweise wenn wir, genau, wenn wir 32 Elemente haben, dann braucht unser Suchalgorithmus nur 5 Schritte. Denn 2 hoch 5 ist 32 und 5 Schritte ist verdammt schnell. Jeder Nicht-Quanten-Algorithmus braucht O von N Schritte, um eine Suche auf 32 Elementen durchzuführen. Er geht nämlich einfach an jedes Element hin und überprüft, ob das da eigentlich gegeben ist. Bislang, also Nicht-Quantencomputer, können ausschließlich auf sortierten Listen Logarithmus von N erreichen. Und das ist dann die binäre Suche. Während der Grover Algorithmus, der schafft auch Logarithmus von N auf nicht sortierten Listen. Das heißt auf jeder Liste. Und das ist absolut revolutionär. Damit kann man zum Beispiel auch Hash-Funktionen cracken und so weiter und so fort. Also solche Dinge kann man damit machen. Und ja, der ist quasi so das Grundgerüst. Aber tatsächlich aktuell auch der einzige bekannte Quanten-Algorithmus, der wirklich bewiesenermaßen schneller ist, als auf Quantencomputern, als auf herkömmlichen Computern. Und ja, das ist das Faszinierende dabei. So, ich habe den selbstverständlich nicht selbst implementiert, weil dieser Algorithmus einfach nur unfassbar Mindbending ist. Und von vielen Experten diskutiert wird, wie der funktioniert, beziehungsweise entworfen wurde und immer noch sehr, sehr genau untersucht wird. Da ist noch sehr, sehr viel Forschung am Laufen. Das heißt, da kann ich euch einfach auch noch nicht mehr geben, als das, was wir gerade aktuell machen. Wir sind hier wirklich auf einem Gebiet, wie gesagt, das ist eine futuristische Technologie und man weiß noch nicht alles darüber. Was wir allerdings durchaus wissen, ist dieser wunderbare Code, der von Microsoft zur Verfügung gestellt wurde. Und ja, wir sehen hier, wir haben zwei Q-Sharp-Dateien, einmal Reflections und einmal Simple Grover. Dürfte klar sein, dass der Simple Grover-Algorithmus hier genau das tut, nämlich ersucht. Ja, das heißt, da ist Grover drin implementiert. Wir rufen ihn in Python mit unserem Grover-Runner auf und importieren selbstverständlich ganz normal, wie wir das bisher gemacht haben. Und wir sehen, wir können hier auch Parameter ganz normal übergeben, wie wir das auch von normalen Programmen gewohnt sind. Also ganz einfach angeben, die Anzahl an Qubits, die wir hier verwenden wollen, das ist n Qubits. Und wir sehen, dieser Algorithmus skaliert mit den Qubits, die man verwenden kann. Sprich, wenn wir hier plötzlich 100 Qubits statt den 53 haben, die Google uns aktuell anbietet, dann sind wir auch wirklich schneller und effizienter mit diesem Algorithmus. Ansonsten müssen wir den halt ein paar Mal wiederholen, ja, weil aktuell, wie gesagt, haben wir nicht so viel, was wir da simulieren können. 53 Qubits, wobei 53 schon wirklich, wirklich viel ist. Wenn wir nämlich mal überlegen, wir haben eine logarithmische Laufzeit, dann sind das 2 hoch 53 Elemente, die wir da analysieren können. Und 2 hoch 53 ist schon durchaus eine Zahl. Wenn wir uns das mal ausrechnen, dann kommen wir hier auf 9 Petabyte an Daten, die wir hier mit einem Durchlauf quasi uns durchsuchen könnten. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss man einfach dazu sagen. Also ja, 53 Qubits sind wirklich eine Bereicherung schon jetzt. Und wenn wir da noch mehr haben, dann ist das natürlich noch viel, viel geiler. Okay, also das heißt, was wir hier machen könnten, wäre natürlich, wir lesen uns einfach mal den Code durch, den Microsoft hier geschrieben hat. Wir werden ihn allerdings nicht komplett verstehen, das muss ich leider dazu sagen. Wir wollen aber auch mal gucken, wie das Ganze gemacht wird. Wir finden auch von Microsoft selbst keine genaue Erklärung. Ich vermute, dass auch dort nicht genau erklärt wird oder bei den Entwicklern bekannt ist, wie dieser Algorithmus funktioniert. Aber ja, wir wollen mal ganz kurz gucken hier. Und zwar haben wir hier eine Operation Search for Marked. Das ist die Operation, die auch tatsächlich die Suche performt. Das ist die Operation, die wir hier auch tatsächlich aufgerufen haben. Und diese Operation tut genau das. Sie sucht innerhalb von einem, ja, im Endeffekt vorgegebenen Array, welches auch aus Qubits übrigens besteht. Das heißt, wir suchen nicht einfach auf einer beliebigen Liste, sondern wir müssen wirklich wissen, wie viele Elemente haben wir eigentlich, auf denen wir suchen wollen. Also haben wir zum Beispiel 1000 Elemente, haben wir 50 Elemente, das muss im Vorfeld bekannt sein. Und dann können wir die Suche ausführen. Das darf sich auch währenddessen nicht ändern, logischerweise. Und wir müssen wissen, wie viele Qubits wir eigentlich haben. Das bekommen wir hier gegeben. Jegliches Element, das wir hier quasi suchen, das wird dargestellt durch ein Qubit. Das heißt, wir haben ein Qubit, das uns symbolisiert, was eigentlich genau da gemeint ist. Das heißt, zum Beispiel können wir einen Index suchen. Und ja, den Index können wir natürlich über eine binäre Zahl darstellen. Also zum Beispiel können wir sagen, hey, anstelle von, also anstelle 53 sitzt zum Beispiel das Element, das wir suchen. Naja gut, dann geben wir einfach an, wir wollen bitte das Qubit Pattern, also was quasi binär ist, 110101 suchen. Und jetzt suchen wir im Endeffekt dieses Qubit Pattern, wenn wir den Index 53 suchen wollen. Wissen wir natürlich noch nicht, aber das ist im Endeffekt das Ergebnis, was wir uns jetzt hier wünschen. In unserem Fall wird ein abwechselndes Pattern von Einsen und Nullen rauskommen, aber das werden wir gleich sehen. So, und ja, dann machen wir jetzt erstmal hier quasi jedes Qubit in Superposition, das tut dieses Prepare Uniform Qubits. Das ist genau das, wie gesagt, wir sind ja noch lange nicht auf alles eingegangen, was euch Qsharp bietet, aber dazu müssen wir noch ein bisschen mehr reingehen. Und anschließend müssen wir reflektieren. Und zwar, wir reflektieren über die markierten Qubits und wir reflektieren über Uniform Qubits. Und das sind Funktionen, die in Reflections drin sind und das machen wir insgesamt 0 bis n Iterationen mal über n Qubits. So, das heißt, wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken, wie oft machen wir das eigentlich. Und das ist tatsächlich vorgegeben, da habe ich mir auch ein bisschen was eingelesen. Das ist die Anzahl an Iterationen, die man braucht, um diese ganzen Qubits eben zu finden, also um wirklich das Ergebnis zu finden. Das ist relativ kompliziert, die Berechnung, wie gesagt, da geht es tief in die lineare Algebra rein, weil eben Qubits immer über diesen Vektor dargestellt werden, also eben über diese Ebenen, also 0, 1, 0, 0, das, was ich in meinen einführenden Videos auch schon gezeigt habe. So, das heißt, was wir jetzt wissen ist, wir müssen das einige Male machen, ein paar Mal müssen wir das machen und wir reflektieren. Was genau reflektieren wir denn aber? Und dazu gucken wir uns mal ReflectAboutMarkt und ReflectAboutUniform an. ReflectAboutMarkt finden wir direkt in Reflections ganz oben. Ich verlinke euch selbstverständlich auch den Code wieder. Wie gesagt, das ist der offizielle Code von Microsoft. Den bekommt man einfach so, wenn man nach der Dokumentation guckt. Und da findet ihr dann selbstverständlich auch immer die aktuelle Version davon. Aber wir wollen ihn selbstverständlich auch ausführen und testen, was da genau passiert. So, ReflectAboutMarkt. Hier sehen wir, dass jetzt schon wieder was mit der Phase gerechnet wird. Das heißt, hier geht es auch schon wirklich tief rein. Wir sehen ja auch hier, diese Qubits werden wirklich, nun ja, ausgerechnet, wie die quasi gerade stehen, wie ihre Qubits sozusagen in Superposition eigentlich interagieren. Da will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Das ist dann wirklich Thema des fortgeschrittenen Teils. Und hier finden wir auch einige Operatoren, x und h, die wir so noch nicht, okay, h kennen wir, aber x kennen wir zum Beispiel noch nicht. Und die werden dann zum Beispiel auf alle Input Qubits angewandt. Und zwar zum Beispiel nicht immer, sondern immer nur jedes zweite und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier noch ReflectAboutUniform, welches zunächst alle Qubits auf 0 setzt und dann alle Qubits auf 1 transformiert. Hört sich erstmal bescheuert an. Aber während wir das tun, reflektieren wir nochmal über alle Einsen. Und das finden wir hier unten. Und da wird wieder eine interessante Operation aufgerufen, nämlich die z-Funktion. Und das ist auch wieder ein Operator, den wir so noch nicht kennen. Da geht es dann auch wieder in das Fortgeschrittene. Und ja, dann haben wir hier unten noch einige Hilfsfunktionen, nämlich ReflectAboutAllOnce, PrepareUniform. Das macht einfach nur hier wirklich jedes Qubit auf Superposition. Und dann haben wir hier noch PrepareAllOnce. Da setzen wir dann quasi alles auf Einsen. Ihr seht, dieser x-Operator, der setzt uns das quasi auf 1. Oder beziehungsweise eigentlich setzt er sie nicht auf 1. Das muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen genauer ausführen. Der x-Operator, der flippt eigentlich nur die Qubits, aber wird als PrepareAllOnce verwendet, weil diese Qubits hier alle dann am Anfang auf 0 gesetzt werden sollen. Okay, und dadurch natürlich dann auf 1. Das ist jetzt wahrscheinlich für viele sehr verwirrend. Das ist auch für mich teilweise immer noch verwirrend, muss ich sagen. Aber es funktioniert. Und das ist das, was ich euch zeigen möchte. Das ist nämlich die, also nicht die Theorie hinter dem Grover-Algorithmus hier, sondern es ist eigentlich bloß, wie er eigentlich funktioniert und was das eigentlich für eine große Veränderung in der Informatik bringen kann. Und wir gucken uns das jetzt mal ganz kurz an. Und wir sehen, wie oft dieser Algorithmus aufgerufen werden muss, nämlich genau 4 Mal. Und beim fünften Mal haben wir schon diese Lösung hier gefunden. Das heißt, wir haben mit 5 Qubits, haben wir innerhalb eines 32, eines Arrays, oder von 32 Möglichkeiten. Also ihr habt hier 32 Möglichkeiten für dieses Array hier. Dieses Array kann 0, 0, 0, also 5 0 sein, es kann 5 1 sein, es kann alles dazwischen sein. Und diese Lösung 0, 1, 0, 1, 0, die haben wir innerhalb von 5 Mal Aufrufen gefunden. Klar, das ist auch wieder alles simuliert, also in Wahrheit sind wir nicht schneller, aber wenn das mit echten Qubits laufen würde, dann wären wir hier in einer logarithmischen Laufzeit. Und das ist eben der tolle Punkt hierbei. Wir müssen diesen Algorithmus hier 5 Mal quasi ausführen und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Und damit ist der Grover-Algorithmus wirklich ein Algorithmus, der einen echten Speed abbringt, also wirklich schneller ist, als jetzt zum Beispiel herkömmliche Suchalgorithmen. Und ja, es ist tatsächlich auch, wie ich schon gesagt habe, bislang der einzige Algorithmus, den man wirklich kennt, der schneller ist. Wie gesagt, der Rest, der wird noch erforscht. Die anderen oder viele andere Quantenalgorithmen basieren auf dem Grover-Algorithmus, um dann eben zum Beispiel verschiedene andere Operationen möglich zu machen. Es gibt selbstverständlich noch weitere Algorithmen, wie zum Beispiel Shores-Algorithmus, mit dem man dann eben Primzahlen faktorisieren kann, was für die Kryptografie unfassbar wichtig ist, beziehungsweise katastrophal ist, wenn man es genau nehmen möchte. Aber dazu will ich jetzt hier gar nicht genau alles sagen, denn das wäre wieder nur ein Algorithmus, den ich euch quasi zeigen kann, den wir aber noch nicht so verstehen können. Und deswegen verabschiede ich mich erstmal hier an der Stelle. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gekriegt, was uns eigentlich Quantencomputer bringen. Das war quasi das Ziel dieser Serie. Ich möchte euch zeigen, was Quantencomputer alles zeigen können, tun können, machen können und was dann auch aktuell schon möglich ist, zumindest, naja, als Simulation. Und ja, wir sind noch nicht allzu weit davon entfernt, dass man da auch wirklich mal Code ausführen kann da drauf. Gut, für die weiterführende Serie bleibt bitte dabei und sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr irgendwie Informationen für mich habt, wenn ihr irgendwie Feedback für mich habt, dann gebt ihr mir das ganz gerne irgendwie über eine Nachricht oder sonst irgendwie. Ihr findet da definitiv eine Möglichkeit. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Blick in die Zukunft soweit gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.